Willkommen bei 3D Rage. Nein, ich singe natürlich nicht. War ein kleiner Spaß von mir, denn ich habe mir heute mal Dies Gersen in 3D angesehen. Der läuft hier gerade noch ein bisschen bei mir und irgendwie hatte ich jetzt spontan überlegt, noch ein bisschen Zeit reinzuschmuggeln, denn allzu viel gibt es hier wirklich nichts zu sagen. Das war irgendwie ein Schuss in den Ofen, wenn ich ganz ehrlich bin. So einen Hauch Tiefe kann man ein bisschen erkennen, wenn man sich so die Seiten anguckt. Ansonsten war es das aber. Genauso die Pop-Out-Effekte, die sucht man hier absolut vergebens. Da gibt es keinen einzigen. Also wenn euch dieser wunderbare Film interessiert, reicht auf jeden Fall die zweite Version. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Euer 3D Rage.